Um beim Blutdruckmessen korrekte Werte zu erhalten, sollten Sie auf folgende Punkte achten. Messen Sie beim ersten Mal an beiden Armen und ab dann immer an dem Arm mit den höheren Werten. Besprechen Sie Unterschiede von mehr als 10 mm Quecksilbersäule mit dem Arzt. Immer zur gleichen Zeit messen, am besten morgens vor der Einnahme von Medikamenten. Legen Sie Ihr Messgerät an einem Ort bereit, wo Sie es in Ruhe nutzen können. Entspannen Sie sich vor dem Messen mindestens 5 Minuten. Vermeiden Sie Aufregung, Rauchen und Sport 30 Minuten davor und trinken Sie keinen Kaffee, Schwarztee oder Alkohol. Machen Sie Ihren Oberarm oder das Handgelenk frei und bringen Sie das Gerät auf Herzhöhe. Dabei den Arm möglichst bequem lagern. Wiederholen Sie die Messung am besten nach einer Minute. Meist ist der zweite Wert niedriger. Notieren Sie sich Ihre Werte. uitférifische Werte. Schöpfeic見て. Video normal, das ist das, was Sie am besten. Kofferung, gerade die Ön bereich.